RCT-Radio-Comedy. The Better Way of Blödsinn. Moat, Moat, schnell, du glaubst es nicht, was mir passiert ist, Moat. Hey Lenny, bleib locker, was ist denn los? Du Segelpilot. Mach dich nicht lustig über meine Ohren, du Nuss. Würde ich nie tun, mein Besser, aber ey, was ist denn los? Ich, ich, naja, ich wollte auch Werner besuchen, im Krankenhaus. Und er war nicht mehr da. Das Einzige, was da war, war sein leeres Bett, Mann. Alter, ich glaube, Werner hat es nicht überlebt. Ach du Scheiße, nee, oder Mann, das kann doch nicht sein. Aber, oh krass, ich hätte nie gedacht, dass das Ding so mitnimmt, der Werner. Als Arzt, bitte, die Ambulanz. Ja, und wenn Land, ins Grab. Mann, Mord, das ist ja total krass. Und ich hatte das auch absolut nicht für möglich gehalten. Aber jetzt ist er wohl abgekackt. Naja, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, aber meinst du, Werner ist echt tot? Bist du sicher? Na Lego, bin ich mir sicher, dass der Sack tot ist. Glaubt ihr, haben, als ich raus bin, gerade durch die Hintertür den Werner in seinen Sarg gelegt, Alter? Dem sein Gesicht, das werde ich nie vergessen. Warte mal, ich ruf mal schnell K.O. an. Drei, vier, fünf, zwei, fünf. Mal sehen. Hey, ja klar, hier auch konnten wir uns sagen. Na du, Caro? Ey, du, ruf mal schnell den Versicherungsfutzi an. Der soll die Papiere bereit machen. Ey, Werner ist tot. Ja, genau. Die halbe Mille bitte auf Lenys Konto überweisen. Okay, bis dann, Caro. Was, Mord? Hast du denn überhaupt kein Gewissen mehr? Hey, Mann, ey, dann machst du auch noch einen Lebensversicherer über eine halbe Million auf den? Ey, krass, du bist so krass. Junge, du bist echt schamlos. Mann, Mann, Mann. Ich war doch dabei und ich hab Werner gesehen mit seinem blauen Gesicht, wie die den in den Sarg geschmissen haben. Und du ziehst dir so eine Nummer ab, Mann. Was sagtest du, Lenny? Werner war blau in dem Gesicht? Moment mal. Ey, Lenny, der lebt noch. Werner lebt noch. Also, Mord, so kannst du dich nicht mehr aus der Affäre ziehen. Der ist tot. Und basta. Ach, Quatsch, Lenny. Weißt du noch, letzten Sommer das Schenkenfest am Wannsee. Wernerchen wollte auch wieder mit trinken. Und als wir aus dem Wasser holen wollten, schwammt er mit dem Gesicht nach unten. Weißt du noch? Das meinst du. Ach du meine Güte. Ich weiß, was du meinst, Alter. Das war doch da, wo wir dachten, der ist ersoffen. Und der Ingo, dem Werner zum Abschied, einen kleinen Jägermeister mit auf die Reise geschickt hat. Ganz genau. Und zack war der Werner wieder wach. Hey, Alter. Und als wir mit Werner beim Doc waren, meinte der doch, der Herr Wernerchen braucht das Alk wie Wasser. Denn der hat doch irgendeinen komischen Gen-Defekt. Ja, ganz genau. Und Werner hat doch dann gemeint, dass er die Chromosomenschwäche erst hat, seitdem er mit uns den Jägermeister immer säuft. Und, weißt du noch, 20 Jägermeister in zwei Minuten. Ja, das war so geil, Mann. Und wir haben ja Werner noch verarscht. Und meint nach einer Runde, er ist dran. Hey, geil. Nach 60 Flaschen war der total dicht. Oh, Mann, das war so geil. Du willst sagen, dass der Werner eventuell noch lebt? Und aber durch seine zwei Wochen Alkentzug in der Klinik ist er nun wieder in seine Chromosomensache verwickelt und in den Scheintod verfallen. Besser hätte ich das auch nicht sagen können. Aber du weißt, was noch geiler ist? Dass du morgen fast Millionär bist und Werner verbrannt wird, obwohl er noch lebt? Fast. Das Geilste ist, die haben Werner einen Totenschein ausgestellt. Und übrigens, müsst ihr ja doch noch in der Leichenhalle liegen. Die brauchen doch da ein bisschen länger. Man müsste nur irgendwie da reinkommen. Ganz einfach. Ingo arbeitet doch da. Ich rufe den mal an. Der soll heute Abend die Hintertür auflassen, damit wir das Ding holen können. Und eventuell kommen wir noch rechtzeitig, um Werner zu retten. Ey, sollte klappen, Lenny. Die brauchen doch da mindestens drei Tage, um die Leiche zu bearbeiten und fertig zu machen. Oh, Mann. Ich hoffe, die haben Werner noch nicht gewachst. Einige Stunden später im Dunkeln. Leisemord. Du bist der Einzige, der hier vertagt. Okay, okay, Mr. Schlaumeier. So, da auf den Schreibtisch. Schau mal nach der Urkunde. Geh mal in den Raum, wo der offen steht. So, mal gucken. Inge, Elze. Ach, schau, die Inge hat es als Ohrmittel. Und den Egon. Ey, der war echt okay. Wow, klasse. Und Ina auch. Naja, so klasse ist das nicht. Aber... Mord, Mord, komm schnell her. Nenni, nicht so laut, wenn dat die Security hört. Was ist denn los? Wir müssen dieses Förderband stoppen. Schau, da vorne Werner. An dem Sarg steht Werner und er fährt gleich in den Ofen, Mann. Los, schnell, die Schalltafel. Mist, ey, ich hab null Durchblick. Ich hab noch nie so viele Knöpfe auf einmal gesehen. Drück alle, drück alle. Mann, wir haben nicht mehr viel Zeit, Mann. Ey, weiß du was, ich entscheide mich. Ich nimm den gelben. Klasse, ey, du Nuss. Und nun geht das Alf noch viel, viel schneller. Scheiße, und gleich ist der Sarg drin im Ofen. Ich drück jetzt rot und basta. Nein, oh nein, das war's entgültig für Werner, Mann. Nun brennt er nur noch im Ofen vor sich hin. Das kleine Streichholz, der arme Werner. Aber er merkt wenigstens nix mehr davon. Echt traurig, oder Mord? 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 Mann, Alter, was machst du denn an dem Sarg? Bleib locker, ey. Ich schau nur mal wegen Inge. Hier am Sarg steht ihr Name. Und naja, du bist doch, Inge hatte noch ein paar Goldzähne. Die bleiben drin. Ja, ist ja gut. Nee, oder? Nee, geil. Aber ey, schau mal, die haben Werner vertauscht. Der liegt hier noch in Inges Sarg. Mann, muss beim Vorbereiten das jetzt sein. Boah, mir fällt ein Stein vom Herz. Aber schau mal, Wachsstifte in der Nase. Egal, los. Gib denen einen Schluck, Jägermeister. Nicht, dass der Werner noch mehr Schäden davon trägt. Ganz leise, Werner. Es ist alles okay, mein Bester. Alles in Ordnung. Naja, die wussten im Krankenhaus nichts von deinem Genteffekt da. Und wir aber doch. Und dann haben wir dich doch hier beschlossen rauszuholen, Alter. Und nun, zack, sind wir da. Hey, beschmer dich nicht. Das waren nur 24 Stunden. Sei froh, dass wir dich gerettet haben. Und wer Inge ist, das fragst du mal lieber, Mohat. Ach du Scheiße, ey. Da kommt einer. Los, Werner. Kopf einziehen. Wir holen dich hier raus mitsamt dem Sarg. So, Deckel zu. Und Lenny, los, schießen. Äh, schieben. Ach du Scheiße, Mohat. Du hast den Deckel voll auf Werners Finger geknallt. Ich glaub, die sind jetzt gebrochen. Egal. Besser wie verbrannt, Alter. Übrigens, ich überweis dir das Geld von der Versicherung auf dein Konto, okay? Wieso dat? Na, wegen dem Amt. Alter, die dürfen nicht wissen, dass ich so viel Geld habe. Sonst streichen die mir die Stütze. Mir doch auch, wenn die merken, dass ich eine halbe Meter auf dem Konto habe. Sei leise und schieb weiter, Alter. Wir müssen hier raus. Ganz genau. Nichts wie raus hier. Bis zum nächsten Mal.